Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Warum ein Windstreak bei Null ist? Ich hatte eben schon mal einen Run mit Judas gestartet und bin gestorben und den wollte ich halt nicht unbedingt mit reinnehmen. Oh, fängt schon mal gut an. Wir kriegen den Damage ab. Den Odd Mushroom, das finde ich nicer, nicer. Und vor allem ein Herzcontainer mehr für uns. Oh Gott, ich hasse diese explodierenden Spinnen. So. Habe ich gar nicht daran gedacht, dass der Odd Mushroom ja auch gleichzeitig ein HP ab ist. Fies. Fieso, miso. Oh, fuck. Bloß nicht mehr so oft treffen lassen jetzt. Komm, stirb. Stirb. Ah, danke. So, falls es Explosive Diarrhea ist. Nein, es ist Pretty Fly. Okay, auf zum Boss. Es ist Widow. Einmal das Book of Belial einsetzen und immer draufhauen. Aua. Ich kann nicht gesehen da unten, ey. Aber warum muss dieses Widow auch diesen fitten schwarzen Spinnen spawnen? Gefällt mir gar nicht. Noch ein Damage ab. Nice. Läuft doch schon mal jetzt besser als beim letzten Versuch mit Judas zu spielen. Äh, wir versuchen natürlich wieder in den Darkroom zu kommen. Damit wir mal so langsam mit den, ähm, mit unseren Charaktern alles mögliche freispielen, was frei zu spielen ist. So, immerhin kriegen wir noch einen Schlüssel. Das finde ich gut. Da, 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 da. So, weiter geht's. Ab in die nächste Ebene. 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 so Curse of the Unknown au der war fies der war richtig fies so Fliegen One hitten wir, das finde ich gut ähm jetzt sollten wir wieder volles Leben haben auf jeden Fall lalalalalalalala aber die großen Fliegen One hitten wir nicht aber wir Two hitten sie so es ist so nervig wenn das passiert ne kommt raus kommt raus, kommt raus zum spielen ja komm her ich guck auch nicht hin du brauchst dich nicht zu schämen jawohl was kriegen wir ah Bob's Rotten Head können wir einmal kurz hier benutzen so und bekommen die Safety Cap was auch immer die macht ich weiß es grad gar nicht ehrlich gesagt lalalalalalalalalalalala ah zack zack das ist natürlich fies weil er hier explodiert so und wir kriegen ne Bombe da kann ich mir direkt mein silbernes Herz holen hoffentlich ist eins ja der Small Rock den nehmen wir auch oh jetzt haben wir doch schon echt moderaten Schaden ne waren jetzt echt schon gut Schaden also da können wir uns nicht beschweren na Monstro meine kleine Monströsität hallo ich hoffe mich anzukotzen was kriegen wir und hier ist ab oh und Gappies Tail nehmen wir mit so jetzt brauchen wir halt Schlüssel oh Schlüssel 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 wir haben nämlich nur noch ein rotes Herz aber dafür oh Gott ne gute Tears Raid und guten Damage so batz batz eine Bombe für Foxy und weiter geht's na komm mach's Maul auf sehr schön du auch noch komm her nicht drauf reinfallen nicht drauf reinfallen oh Gott okay und du auch noch noch ne Bombe Bomben nützen uns aber nix weil wir Schlüssel brauchen recht viele ah doch wir können hier rein putz und nochmal putz äh es ist kein gemachtes Bett also wird hier unten drunter nichts sein so vorsichtig ah oh Gott so ich bräuchte Schlüssel und zwar recht viele so so und so dann schauen wir uns erst mal um hier so auf zu spucken oh da kommen ja nochmal zwei bitte lass jetzt den Schlüssel fallen hier komm ja ach Ludovico nehme ich jetzt nicht mit definitely not definitely not warum soll ich auch Ludovico mitnehmen so unnötig hi Pestilence in der einfachsten Form eigentlich so ah hör doch bitte auf Spinnen zu spawnen und auch nach mir zu schießen so ich wusste dass Krampus jetzt kommt ich wäre übrigens mehr für den Lump of Coal weil ich das Book of Belial absolut nicht loswerden möchte so ich gucke mir die Ebene noch eben schnell zu Ende an kann doch nicht sein dass wir so wenige Schlüssel bekommen immer wieder wenn wir guppys tail haben ne immer wieder wenn wir guppys tail haben gibt es keine Schlüssel für Foxy so noch ne Münze alles klar gehen wir mal weiter nächste Ebene hoffen da auf das Beste vielleicht mal ein HP ab das wäre sehr nett der Vorteil ist Krampus könnte Krampus kann nicht mehr auf uns warten das ist schon mal der Vorteil das ist der Vorteil aller Vorteile fuck you so okay gehen wir in den Arcade rein oh dann spiele ich aber in dir well meet strangers without prejustice und the devil und health up nice komm herzen 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 oder ein Schlüssel oder beides komm komm richtig mieser Raum so einmal zweimal dreimal und komm machs Maul auf komm 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 du willst mich doch verarschen so ich stirb dropp doch herzen aber du droppst ne Pille das ist definitiv klar aber was für eine full health nice nicer so keine Schlüssel für Foxy was immer mieser wird dass wir keine Schlüssel bekommen aber dafür kriegen wir Geld hey Geld ich mein es ist Geld kann man immer gebrauchen das war so klar fuck you au komm stirb luck luck kommt ein bisschen spät was war das full health nice glück glücksritter Foxy so wats 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 umbilical cord nehmen wir mal mit stirb noch ein Herz oh Gott ich bin gerade gegen mein Mikrofon gestoßen so und noch eine Bombe zumindest etwas so ein Moment ich muss mal kurz den Popschutz wieder richtig einstellen sonst puste ich zu sehr ins Mikrofon das wollen wir nicht aber ob ihr das wollt weiß ich nicht aber ich will es nicht okay dann gehen wir mal in den Geheimraum der muss hier sein was fies fies okay okay dann nicht dann mach ich halt Kaka kaputt so hi Gerdie ist ja nicht so als würde ich dich mögen so na zum Glück one hitten wir jede Art von Fliegen so einmal zweimal silbernes Herz dreimal HP ab auf in den Devil Deal und wir bekommen Spinnen wir bekommen Troll Bombs und wir bekommen ein free teleport to the Devil Deal Devil to Humanity ich kann aber jetzt mal in den äh Zackenraum reingucken schlüsseltechnisch läuft das hier echt nicht gut droptechnisch an für sich läuft das hier nicht gut so schauen wir mal rein na sicher na sicher alles klar nichts konnten doch in keinen Shop reingucken jetzt kriege ich eine Ebene wo ich 15.000 Schlüssel auf einmal bekomme ich seh's doch schon kommen hooo 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 und tschüss so nekropolis 1 oh nein nicht Greed Köpfe Greed deine Köpfe sind scheiße kein Schlüssel oh so du auch noch komm vorsichtig so du auch noch komm 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 kein Schlüssel Schlüssel kein Schlüssel dafür Bomben joa so schauen wir mal rein normale Kiste 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 Bats und Bats komm hoch und Bats noch ne Bombe oh fuck you so komm schon stirb zack zack was haben wir hier eine Pile full health komm wir gehen direkt zum Boss zu hollow double time so und es ist nicht nur the hollow double time es ist the hollow quad time so komm drop mir die Box oder sowas wo ein Schlüssel drin sein könnte ne aber dafür nochmal ein Damage ab mein da sag ich auch nicht nein ey fies so nehmen wir beides mit so weil Baum jetzt kommt der Contract from below macht dass wir doppelte Drops bekommen und das finde ich nicht schlecht so das heißt dass wir auch mal die Chance haben zwei Schlüssel zu bekommen so the high price nehmen wir mal mit für Ali Feli so aua ah fuck you oh schön sowas tut doch dann gut sowas tut doch dann gut so gut na das hat sich nicht wirklich gelohnt so und quats ah wo ist der Reiter im Raum oh blaue Herzen zumindest eins das war fies aber sowas von so noch eins keins mehr schade aber um unseren Damage mache ich mir das war Glück bei uns um unseren Damage mache ich mir momentan kaum Gedanken so da ist der Shop der lohnt sich allerdings nicht wirklich den tinten 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 na sicher na sicher ja Was kriegen wir? Den Sack of Pennies? Nee, Bombback gibt's Bombs. Immerhin. Bekommen hier Bomben. Nein. Hier. Nein. Da auch nicht. So, hier links vielleicht. Ja. Ja. Jar, yo, ho und ne Buddel voll rum. Dann gehen wir mal weiter. Ja, komm, für die Bombe hat sich's gelohnt. Für die Bombe hat sich's gelohnt. So, zack, zack. Zack, zack. Du, zack, zack. Nee. Zack, zack, zack. Und drei Stompies. Die ich sie gerne nennen. So, und das ist 48-Hour-Energy. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil so oft setze ich das Book of Belial ja auch nicht ein. So. Ab nach unten. Und jetzt noch das Humbling-Bundle. Na. Und weiter. Oh, hi. Schab. Na? Wie geht's dir? Ah. Hier scheint's nicht so gut zu gehen. Du bist nämlich tot. So. Oh, ho, 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 ho. Fast wären wir in die Stacheln gelaufen. Das wäre nicht so schön gewesen. So. Zack. Wir kriegen aber auch. Außer mal so ein paar Troll-Bombs. Echt kaum was. Oh, das Jamm-Hard. Ui. Das ist ein Item, was wir alle brauchen. Definitiv. So. Zack. Zack. Und zack. Noch ne Bombe? Warum ist jetzt nur eine Bombe gedroppt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. So. Komm. Stirb. Sehr schön. Schlüssel. Ganz viele Schlüssel bräuchte ich. So. Nope. Schlüssel. Schlüssel. Nein. Natürlich nicht. So. Komm. Stirb. Sehr schön. Oh, come on. So. 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 Eine noch. Zwei noch. Kein Schlüssel. So. Weiter. Weiter. Schlüssel. Ah. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Mit dem wir in den, äh, in die, äh. Ach. In den Geheimraum reingucken können. In den Itemraum. Der Bucket of Lard. Der ist in der Tat. Nicht schlecht. So. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt gambeln. Ich gehe jetzt gambeln. Vielleicht kriegen wir ein paar Schlüssel raus. Wir haben. Eine Lackabpille bekommen. Wow. Ah. Gehen wir erstmal in den Raum hier. Okay. Wir gehen gambeln. Didim, dim, dididididim. Na. Keinen Schlüssel für Foxy. Na komm. Schlüssel für Foxy. Nein. Schlüssel für Foxy. Aber eine Pretty Fly für Foxy. Schlüssel für Foxy. Nein. Ah. Schlüssel für Foxy. Sowieso nicht. Gebe Geld. Wenn wir gewinnen, gäbe es Geld. Oder Bomben. Die Bomben gewinne ich. Natürlich. Die Bomben gewinnen wir. Das, was wir brauchen, kriegen wir nicht. So. Aber sind wir jetzt langsam. Balls of Steel. Na. Herzen. Geld brauche ich eigentlich keins. Bomben brauchen wir eigentlich nicht jetzt. Nicht unbedingt zumindest. So. Komm. Komm schon. Na komm. Äh. Ja komm, 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 komm. Gib, gib, gib. Oh, komm schon. Wichskrüppel, ey. Ich spreng dich in die Luft, wenn du mir keinen Schlüssel gibst. Danke. Ich spreng dich trotzdem in die Luft. Du hast es verdient. Wir haben nochmal Schlüssel. Wir haben nochmal Schlüssel. Na, Herzen. Wenn wir gewinnen. So. Zweimal dürfen wir noch. Ja. Ja. Ach. Tschüss. Wenigstens kriege ich meine Bombe wieder. So viel Anstand hatte er. So, dann machen wir jetzt die erste Kiste auf, an die wir ranlaufen. Die ersten beiden. Die Stars. Ich hätte die beiden aufmachen sollen. Aber vielleicht kriege ich ja nochmal zwei Schlüssel. Man soll den Tag ja nicht vor dem Scheißdreck loben. So. So. Komm, stirb. Ich mach dich doch sowieso platt, Mom. Au. Ja, sehr schön. Sterbt. Ja. So. Und. Du auch nochmal. Wir wollen in die... In den Darkroom. Und wir wollen diese drei Kisten hier öffnen. Und hoffen, Gabi's Collar. Ah, Gabi's Head. Gabi's Collar. Gabi's Collar. Na, immerhin. Wir haben jetzt zwei Gabi-Items. Haben noch eine geringe Chance, ein drittes Gabi-Item zu bekommen. Läuft also bei uns. Curse of the Darkness. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum hat er das, äh, den Gabi's Head liegen gelassen? Das kann ich euch eigentlich auch kurz erklären. Durch das Book of Belial bekomme ich ein... Wenn ich's im Bossraum zumindest einsetze. Äh, einen definitiven Devil Deal. Und, äh, das will ich mir nicht aufs Spiel setzen, weil wir ja jetzt die Gabi-Form noch bekommen können. Und mit der Gabi-Form ist es nun mal einfacher. So, weiter, 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 weiter. Wir übersehen einfach, dass hier so ein Automat steht. Bladidu. Ja, Poliziphalus? Hallo? Also. Komm. Ja, wohl. Ja, jetzt kriegen wir Schlüssel. Ha, wie fies. So. Zack, 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 zack. Und zack. Na, Trollbomben brauch ich nicht. Trollbomben brauch ich jetzt nicht. Ja, hier könnte was Gutes drin sein. Ja, immerhin. Immerhin. So. Komm, super. Ein Superherr. So. Du auch noch. Bums hat's, ne Matt. Oh, da kommt Loki. So. Und da hat er Bums, ne Matt, und unten ist er. Wo ist er? Gar nicht gesehen gerade. Also ein Curse of the Darkness kann auch schon echt ein Fluch sein. Haha, Curse, Fluch, verstehst du? So. Komm. Ja, wohl. Kriegen wir was? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Nein. Na. So. Zack. Fründe. Zack. Gib mir was Gutes. Ja, full health. Super. Ja, vielleicht noch ein paar mehr Bomben. Das brauchen wir. Das ist super. Das ist toll. Jetzt bringen wir wieder ein bisschen Schwung in die Kiste. Und ab geht die Post. Ja, 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 ja. Jetzt bringen wir wieder. Oh, Mann. So. Noch so ein Automat. Ich brauch doch keine Automaten. Ich bin doch gar nicht spiele-süchtig. Sagt der, der Let's Plays aufnimmt. Ja, da geht's nicht weit. Aua. Arschloch. So. Das ist ja auch besser öfters, du Arschloch. So, da haben wir eine gelbe Pille, von der ich bitte wissen möchte, was sie tut. Teleportieren tut sie. Dann hätte ich gern meine andere Karte wieder. Arschloch. So, die Hohe Priesterkarte. Eine niedrige Priesterin gab's nämlich nicht. Ha, 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 ha. Foxy ist so lustig. Ich würd gern erst nach oben weiter. Komm. Ja, Fehler. Das war scheiße. So. Düm, düm. Dann würd ich gern erst nach rechts. Aua. Warum? Warum? Drei Möglichkeiten. Ich nehm die zwei verkehrten als erstes. So. Ho, 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 ho. So. So. So, so, so. Ach komm. Jawohl, jawohl. Jawohl. Und du auch noch. Nichts gedroppt. Ach, ich hasse diese Gegner. Zack. Daddy Long Legs. Hab ich aber grad noch so eingesetzt eben. Kein, gab keine Gappi-Form für uns. Schade, schade. Sprach der Hase. So. Schade, dass wir keine Gappi-Form bekommen. Aber. Tierstechnisch. Brauchen wir sie auch nicht. So. Oh. Super, 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 super Lord. So. Komm, stirb. Ich hätt halt gern wenigstens Lord of the Pit oder sowas gehabt, dass wir fliegen können. Oh, zack. Und schon wieder der High Priesters. Einfacher Raum. Brötchenbelag, 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 Brötchenbelag. Ein Dutzend Mal fliegt die Kuh auf den Hof. Fertig. So. Zack, zack. Da dürfen wir nicht rein, das sind wir nicht cool genug für. La, 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 la. Sehr schön. Brötchenbelag. Zack, 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 zack. Ja, stirb. Oh. Noch ein Schlüssel. Zweimal Lust. Da hab ich keine Lust drauf. Ja, komm, stirb. Uh, the Virus, Poison Touch. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nein, das ist etwas, das wir definitiv brauchen. Weil wir uns ja so oft treffen lassen wollen. So. Kommt da noch eine? So wie es aussieht nicht. So. Bombi. Bobby Bomb. Boah, sind wir langsam. Zack, 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 zack. So. Aua, oh fuck. Nicht gesehen gerade. Nicht drauf aufgepasst. Nicht geguckt. Nicht geglotzt. Nichts verschlappert. Nichts verschüttet. Jeder ist so viel er kann. Nur nicht sein Nebenmann. Aua. Aua. Nehmen wir es ganz genau. Auch nicht seine Nebenfrau. Aua. Das war Glück. So. Mein Problem ist, dass ich einfach zu langsam bin. Aua. Fies, ne? Jetzt, wo wir keine Schlüssel mehr brauchen. Oder nicht mehr so viele. Du willst mich doch verarschen spielen. So. Da, 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 da. Yeah. Äh. Luck up. Luck up. Health up. Health up. Und Bombs are key. Die nehme ich jetzt nicht. So. Gappies Paw wäre jetzt nicht schlecht. Wenn die in der Shoal finden würden oder sowas. Tüm, 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 tüm. So. Freunde der Nacht. Und der Sonne und des Mondes. Hier nehme ich mal nicht an. Doch, da geht's weiter. Aua. Das muss hier unten stehen bleiben. So. Fies. Richtig fies. Ah, unsere Tränen sind echt gut. So ist dat gut. Okay, da können wir rein. Zack, 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 zack. Doppel Envy. Wuhu. Wuhu. Pipe. Ob wir hier noch irgendwo ne Batterie liegen im Zweifelsfall. So. Doppel Envy. Weil einer ja noch nicht nervig genug ist. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Komm schon. Shit hier. Shit hier. So. Ah, wer will denn sowas wie Schub da whoop? Ganz ehrlich. Oh. Fade, das hatten wir noch nicht. Ich kann fliegen. Yeah. Das macht die Sache weitaus einfacher. Rarara. Rararara. Sag rararara. Gerade die Tür, wo ich gesagt hab, nö, das ist sie nicht. Gerade die ist es. So. Na, na, na. Nope. Oh, Fischtruller. So, einmal. Ich könnte jetzt auch eigentlich einfach weitergehen. So. Oh, und. Zack. Jawohl, ja. Einfacher Gegner. Zack, zack. Und nochmal zwei Bomben. Und einmal der High Priceross einsetzen. Einmal das Book of Valial. Und dann ist das gut. Gut. Ah. Na. Na, 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 na. dass wir es durchhalten, ohne das Herz zu verlieren. Das Weiße. Die Scheol! Hallöchen. Ich laufe natürlich zur nächsten Fischtruller. Zack, zack, zack. Zack. Okay. Du musst dir langsam, ne? Gut. War so nicht geplant, aber hey. Dann mache ich das blaue Feuer eben am Schluss kaputt. So. Und du noch. Oh, eine Bombe für uns. Hallo. Kriege ich vielleicht noch eine Pretty Fly? Ne, wir haben ja schon drei Sachen um uns rumfliegen. Ah. Komm. Komm. Ah, Full Health. Die nehme ich natürlich mit. Mit Wonne. Balls of Steel, die benutze ich sogar gleich. Okay. Weiter! Oh. So. Erstmal, wir müssen stärker machen. Erstmal, wir müssen dämonisch werden. So. Du willst mich natzen, du darfst mich nicht natzen. Du hast gar nicht das Recht dazu, mich zu natzen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Aua. Aua. Fuck you. Du musst auf so viele Sachen hier aufpassen, ne? So. Und du auch noch. Ach, come on. Ist doch nur noch einer. Na, tschüss, blaue Herzen. Hallo, schwarze Herzen, bitte. The World. Immerhin weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Patsch. Patsch. Da ich durch den großen Raum ja sowieso durch müsste. So. Ach, die sind hinter Abgründen. Patsch. Drei Pillen, 48-Hour-Energy, Full-Health und Lemon-Party. Okay. Dann nehme ich die Full-Health mit. Oh. Okay. Stirb. So, weiter. Einmal Bumm. Einmal Klatsch und zweimal Klatsch. So, hier haben wir nochmal eine Chance, schwarze und blaue Herzen zu bekommen. Nämlich hier, hier, hier. Na, du nicht. Und hier. Nichts. Okay. Tschüss, schwarzes Herz. Und da ist der super Geheimraum. Oder? Nein. Okay. Heil Satan. Gut. Einer ist down. Einer ist down. Der zweite ist down. Und der dritte ist down. So. Aua. Ja, komm. Geh einfach drauf, Satan. Tu mir den gefallen. Jetzt kommt die interessante Welle. Aua. 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 Müssen wir aufpassen, wenn ich nochmal getroffen werde, sollte ich vielleicht die Full-Health-Pille nehmen. Ich sollte sie aber an für sich nehmen und mir die andere Full-Health-Pille holen. Die war, glaube ich, hier drin, ne? Ja. Was war das nochmal? 48-Hour-Energy. Komm, die benutzen wir gleich. Pretty Fly. Die Pretty Fly nützt uns, glaube ich, jetzt nicht mehr so wirklich was. Und ich muss mich beeilen. Fußball fängt gleich an. Ja, ich nehme das hier an einem Samstag auf. Oh. Komm. Jetzt noch Cancer. The Hero-Fant. Ist natürlich auch nicht schlecht. Und noch ein silbernes Herz. Da sagen wir nicht nein. Oh, der Lucky Toad. Den brauchen wir nicht. Nicht mehr. Aber wir haben 13 Schlüssel. Sollten also jetzt keine Probleme haben, im Darkroom irgendwelche verschlossenen Kisten eventuell zu öffnen. Nicht jetzt noch Gappis Koller oder sowas krieg hier. Ha! Hallo, Gappi. Na? Easy win, Leute. Easy win. Oh, es wird immer besser. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Adversary. Hallo. Komm. Nutzten wir hier einfach mal unser Buch auf Bilial. Buch. So. Ach. Sehr schön. Ich wusste doch, dass Gappi mich nicht im Stich lässt. Wenn man Gappi mal braucht, dann ist Gappi da. So. Die Attackfly nehmen wir mit. So. Zack, zack. Und. Yeah. Yeah. Go to the chopper if you want to survive. Ah, Infestation. Ne, Spider Baby. Und die satanische Bibel, die wir jetzt einmal einsetzen. Zack. Book of Belial. Nehmen wir trotzdem weiter mit. Oh. Dreimal Superfratz. So. Weiter. Oh. Fies. So. Und du auch noch. Zack. Bomben. Nehmen wir auch immer gerne mit. Immer gerne. Oh. Rausspringen. Ist hier ja nicht. Aber doch schon gut. Geistertot gemacht. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So. Das war's. So. Und so. Ja. Die Bombe lasse ich jetzt mal liegen. Komm. Ich suche ja eigentlich gerade nur das Lamp. So schnell habe ich der die noch nie besiegt. Mit normalen Tränen. So. Einmal. Und zweimal. Ja. Ja. So. Hallo Lamp. Du hast leider keine Chance gegen meine Fliegen. Oh. Brauchst auch nicht Tohu mit mir zu spielen. Kopf ist down. Körper ist down. Und endlich haben wir den Lamp Kill mit Judas. Oh mein Gott. Wie oft die es schon versucht haben jetzt. The curved horn has appeared in the basement. Eins der wichtigsten Trinkets Leute. So. Das heißt Judas können wir auch abhaken. Also fehlt uns jetzt echt nur noch Eve und Isaac. Eve, Isaac und Maggie. Eve, Isaac und Maggie. Oh und Samson. Samson fehlt uns auch noch. Der Ha... Der... 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 Normal Mode... Äh... Dingenskill. Aber beim nächsten Mal. Bis denn. Euer Nightfox.